Herzlich willkommen zum Vortrag Einsätze von Deep Learning in der Computertomographie. Mein Name ist Andreas Hennecke, ich bin zuständig für den Bereich CT bei Canon Medical Deutschland. Canon Medical wird Ihnen bekannt sein aus dem Bereich der professionellen Bildgebung, aus der Bilderzeugung wie auch aus dem Druck bzw. der Projektion. Die Medizintechnik bei Canon ist etwas neuer. Das Produktportfolio besteht aus den Bereichen Computertomographie, Kernspintomographie, Ultraschall, Röntgen- und Angiographiesysteme. Und die Künstliche Intelligenz, oben mittig nur kurz angedeutet, ist derzeit in aller Munde und findet Einsatz in den CTs und MRTs von Canon. Was ist Deep Learning? Was ist eine Deep Learning-Rekonstruktion? Ich will nicht grundsätzlich auf das Thema Künstliche Intelligenz eingehen, aber wir wissen, dass das maschinelle Lernen ein Teilgebiet der Künstlichen Intelligenz ist und dass das Deep Learning, das automatische Lernen eines neuronalen Netzes, das Teilgebiet des Machine Learning, also Unterteilgebiet der Künstlichen Intelligenz ist. Und das kommt im Folgenden zum Einsatz. Das möchte ich Ihnen gerne zeigen anhand von drei Beispielen. Am Beispiel des Volumen-CTs, hier links im Bild, welcher das komplette Organ, wie zum Beispiel das Gehirn, hier farblich dargestellt, scannt. Dann habe ich ein zweites Beispiel, das ist die Ultra High Resolution CT, wo die Auflösung verdoppelt wird und gleichzeitig auch die Deep Learning Spectral CT, wo die Deep Learning Rekonstruktion Einsatz findet. Ich möchte kurz darauf eingehen, wie ein neuronales Netz trainiert wird. Das neuronale Netz lernt selbst anhand von sehr, sehr vielen Datensätzen und die werden eingespeist. In der Form, als dass wir tausende von Datensätzen mit niedriger Qualität, also verrauschten Datensätzen, in das Netzwerk einspeisen. Und auf der anderen Seite tausende von Datensätzen mit sehr, sehr hoher Qualität, die iterativ rekonstruiert wurden, teilweise über Tage, teilweise über Wochen, die aus den verrauschten Datensätzen gewonnen wurden. Und beide Gruppen, also die Gruppen von niedriger Qualität und hoher Qualität, wurden in das neuronale Netz eingespeist, damit das neuronale Netz die Zusammenhänge zwischen beiden Datensätzen lernt und selbstständig erfährt, wie denn das neuronale Netz die Parameter verändern muss, damit aus den verrauschten Bildern hochqualitative Bilder werden. Und dieses neuronale Netz, welches im Werk bei Canon erstellt und sich selbst programmiert hat, wird dann mit Installation eines Computertomographen an den Kunden ausgeliefert, auf einer Hochleistungs-Hardware installiert und kommt dann beim Kunden vor Ort zum Einsatz. Dann kommen die verrauschten Bilder vom CT, weil der CT mit einer besonders niedrigen Dosis scannt und das neuronale Netz rekonstruiert aus diesen verrauschten Bildern hochqualitative Daten, wie hier unten rechts dargestellt. Kommen wir zum ersten Beispiel. Links im Bild dargestellt ist der Volumen-CT, der eine besonders breite Abdeckung hat von 16 cm und der das komplette Gehirn, hier unten farblich dargestellt, im Bruchteil einer Sekunde vollständig erfassen kann, um dann mit der dynamischen Scan-Akquisition auch Perfusionsbilder darstellen zu können. Und der Volumen-CT scannt Bilder, das ist klar. Und das Bestreben der CT ist ja immer mit besonders niedriger Dosis zu scannen. Und wir haben schon iterative Rekonstruktionsverfahren hier mittig im Bild mit ARD3D in letzter Zeit geschaffen, die die Dosis in der Routine massiv reduzieren. Aber die Deep Learning-Rekonstruktion hier rechts im Bild führt zu einer nochmals signifikanten Verbesserung der Bildqualität. Und wenn man sich die Bilder anguckt, dann erfährt man, wenn man unten auf die 0,5 mm guckt, eine sehr, sehr dünne Schichtdicke, die so in der CT recht unüblich ist. Normalerweise arbeitet man mit dickeren Schichten, um das Rauschen zu minimieren. Und hier an der Stelle führt die ACE Deep Learning-Rekonstruktion, wir nennen sie ACE, hier führt die ACE Deep Learning-Rekonstruktion zu einer besseren Bildqualität als vorher. Und das selbst bei dünnen Schichtdicken. Insgesamt ist unten noch vermerkt, dass die Dosis der Akquisition, der Low-Dose-Akquisition, 80% unter dem Referenzwert der diagnostischen aktuellen Referenzwerte liegt. Das zweite Beispiel ist die Ultra-High-Resolution-CT. Bei der Ultra-High-Resolution-CT wird ein neuer Detektor verwendet. Sie sehen oben rechts im Bild einen konventionellen Detektor mit einer Kantenlänge von 0,5 mm. Und unten rechts im Bild sehen Sie den neuen Detektor des Aquilian-Precision-CTs. Bei uns heißt der CT Aquilian-Precision, weil er mit einer wesentlich höheren Präzision arbeitet. Und die neuen Detektorelemente haben nur noch eine Kantenlänge von 0,25 mm, was dann bedeutet, dass die Kanten halbiert wurden und die Detektorelementdichte vervierfacht wurde. Also vier Detektorelemente passen jetzt in den Bereich, in dem früher ein Detektorelement gesessen hat. Und das führt zu einer deutlich höheren Auflösung. Links im Bild haben wir eine herkömmliche Auflösung mit einer 512er Matrix und rechts daneben ein Innenohr mit einer 2048er Matrix. Und ich glaube, man sieht auf den ersten Blick, dass der Ultra-High-Resolution-CT zu einer wesentlich höheren Bildqualität dort kommt. Rechts auf der rechten Seite dargestellt ist eine Lunge, erst herkömmlich dargestellt und dann mit der Ultra-High-Resolution-CT, wo die Struktur des Lungenherdes dort im Detail erkennbar ist. Und jetzt ist die Frage, warum braucht man die Deep-Learning-Rekonstruktion in der Ultra-High-Resolution-CT? Wenn man die Auflösung verbessert, dann geht das oftmals zulasten der Dosis, was man natürlich nicht will. Deswegen nutzt man bei solchen Rekonstruktionen für die Ultra-High-Resolution-CT, die Deep-Learning-Rekonstruktion, um im normalen Dosisbereich unterhalb der diagnostischen Referenzwerte zu bleiben. Heißt, man hat mit dem neuen CT und den neuen Detektorelementen eine wesentlich bessere Auflösung, ohne dass man die diagnostischen Referenzwerte überschreitet, sondern einfach im normalen Bereich bleibt. Dann gibt es noch ein weiteres Bild, eine Herzakquisition, hier mal mit dem Aquilian Precision, wo man rechts im Bild die Plaques der Herzkranzarterie recht deutlich erkennen kann. Die Mischphase hier des Angiografie-Geschäden-Schädels ist deutlich erkennbar. Und wenn man dort die Auflösung sich anschaut, dann ist das schon eine beeindruckende Detail-Erkennbarkeit. Darüber hinaus wurde die Dosis auch für die Bereiche Thorax-Abdomen-Becken reduziert. Und wenn man sich anguckt, wie die Bildqualität dort sich verbessert hat zwischen der normalen Rekonstruktion, linkse Bild und der Rekonstruktion mit der ACE, Deep-Learning-Rekonstruktion, dann ist das schon ein bedeutender Schritt, der da stattgefunden hat. 67% liegen wir wieder unter dem Referenzwert des Bundesamtes für Strahlenschutz mit der Dosis und das Ganze ist mit Publikationen in Kooperation mit klinischen Partnern nachgewiesen worden. Das dritte Beispiel handelt vom Deep-Learning-Spectral-CT. Der Aquilian-PRISM der Deep-Learning-Spectral-CT scannt den Patienten mit zwei Energien mittels Dual-Energy-Akquisition. Und das geschieht, indem die Röhre sehr schnell die KV schaltet. Niedrige KV, hohe KV, 80 KV, 135 KV, sodass das Bild mehrfach gescannt wird und so eine spektrale Auflösung stattfinden kann. Wenn man sich nun anguckt, wie die Datensätze aussehen, dann scannt der CT zwei Datensätze mit der hohen und mit der niedrigen Spannung, niedrigen KV. Und man sieht, dass immer dann, wenn die hohe Spannung akquiriert wird, die niedrige Spannung gerade nicht akquiriert wird und genau umgekehrt das Ganze auch der Fall ist. Soll heißen, es kommt zu leichten Datenlücken der jeweiligen Energie, wenn der CT gerade die andere Energie scannt. Und Deep-Learning wird verwendet, um die Datenlücken zwischen den Energieschaltungen zu kompensieren und zu restaurieren. Das heißt, alles in allem, dass eine Restauration der Daten stattfindet, sodass vollständige Sinogramme entstehen. Also die erste Deep-Learning-Rekonstruktion wird genutzt, um die Sinogramme zu vervollständigen. Und eine zweite Deep-Learning-Rekonstruktion wird genutzt, um die rauscharmen, hochqualitativen Schichtbilder für die Dual-Energy-Bildgebung, für die spektrale Bildgebung zur Verfügung zu stellen. Und anhand dieser klinischen Beispiele kann man sehen, wofür man das braucht. Das ist zum einen die hochpräzise Detailerkennbarkeit der Gefäße. Das sind zum Beispiel die Diagnosen von Knochenmark-Ödemen nach Frakturen. Das sind Iod-Karten zur Lungen-Embolie-Diagnostik, die hier oben rechts im Bild sichtbar sind, wo die Dual-Energy-Technologie eingesetzt wird. Oder einfach um die Iod-Verteilung im abdominellen Bereich, hier anhand der Leber, dargestellt nutzen zu können, um einfach Läsionen besser erkennen zu können. Das waren drei Beispiele, wo die Deep-Learning-Rekonstruktion ihren Einsatz findet. Auf der einen Seite in der Volumen-CT, um die Dosis weiter zu reduzieren und die Bildqualität zu optimieren. Dann im Bereich der Ultra-High-Resolution-CT. In der Form, als dass keine höhere Dosis trotz der höheren Auflösung benötigt wird. Man bleibt weiterhin unterhalb der diagnostischen Referenzwerte. Und das dritte Beispiel war die Deep-Learning-Spektrale-Bildgebung, wo die Deep-Learning-Rekonstruktion zweifach sogar Einsatz findet. Einmal bei der Restauration der Daten in Form der Vervollständigung der Sinogramme und dann nochmal in Form der Rekonstruktion der Daten, um dann eine hochqualitative Bildgebung zu gewährleisten. Das sind drei Einsatzgebiete der Deep-Learning-Rekonstruktion in der Computertomographie, so wie sie aktuell von Canon benutzt und angeboten wird. Ich danke Ihnen für die Zeit, für das Zuhören, für Ihr Interesse. Ich bin gerne für Fragen für Sie erreichbar. Unten rechts im Bild ist meine E-Mail-Adresse eingeblendet. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.